Es gibt vieles, was im Umgang mit Trauernden falsch gemacht werden kann. Ich hatte schon häufiger darüber erzählt, dass Menschen sich manchmal unglücklich Trauernden gegenüber ausdrücken, dass sie Sachen sagen, die falsch sind oder auch falsch aufgefasst werden können. Das Wichtigste ist, wenn du mit Trauernden umgehst, dass du deine eigenen Themen und das, was du im Zusammenhang mit Trauer empfindest, außen vor lässt. Das ist gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, der trauernden Person zuzuhören und bei ihr zu sein und zu hören, was möchtest du in diesem Zusammenhang? Was würde dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Und du merkst schon, dass da dieses Absehen von der eigenen Person im Vordergrund steht, wenn du solche Fragen stellst. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Kann ich dich unterstützen? Also wenn du auf gute Weise mit Trauernden umgehen möchtest, dann stell deine Antennen auf Zuhören und halte dein eigenes Ego im Hintergrund und stell dich ganz auf die Person ein, die gerade trauert, denn das braucht sie am meisten.